Stereo View Guten Tag, wir sind von der Stereo Show aus dem Öst-Berlin. Studio 1, take here! Hi, wir sind Kompass. Ihr kennt uns wahrscheinlich noch unter dem Namen Stereo View. Aber als wir gemerkt haben, deutsche Texte, englischer Bandname, das beißt sich so ein bisschen, haben wir uns gedacht, dass wir uns mal umbenennen sollten. Und dazu war jetzt gerade der richtige Zeitpunkt. Ja, wir hätten wirklich nicht gedacht, dass wir beim Rockbuster-Contest so weit kommen und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt im Finale stehen und wollen natürlich jetzt alles dafür geben, dass wir da auch eine gute Platzierung rausholen können für uns. Uns gibt's noch gar nicht so lange. Aber wenn man auf die Urwurzeln schaut, gibt es eigentlich schon einige Jahre, auf die wir zurückblicken können. Jetzt sind wir Kompass und haben unseren Stil gefunden im Bereich Deutsch, Pop, Rock, Alternative. Und, äh, ja, fühlen uns da sehr wohl. Damit ihr uns jetzt mal ein wenig intimer kennenlernen könnt, haben wir uns Folgendes überlegt, und zwar ein Beziehungsspiel. Und der Marc muss jetzt mal eine Karte ziehen. Wenn man nichts anderes mehr denkt. Wenn es dich nicht gäbe, würde ich dich erfinden. Daniel. Andere Seite. Ah! Ja. Um uns jetzt ein bisschen intimer kennenzulernen, haben wir uns Folgendes ausgedacht. Ich würde mir schrecklich gern abgewöhnen, Marc. Rauchen. Ja. Da glaub ich dir nicht. Richtig verliebt in dich habe ich mich als... Eigentlich als du den ersten Mal den Mund aufgemacht hast schon. Schön. Das stresst mich wirklich. Dieses Spiel hier. Ja. Ja. Ja, wir setzen jetzt auf jeden Fall erstmal ganz neu an, haben jetzt unsere erste Single produziert, unser erstes Video gedreht und hoffen natürlich, dass wir da möglichst viele Leute auch mit begeistern können. Und der Rockbuster ist so die erste Station, wo wir das mal testen können. Hört's euch an. Listen to it. Okay? Yes! Tschüss. Tschüss! Ich bin hier vor, nun wärst dabei. Und schon immer hier gewesen. Unser Platz am See war wie der Strand von Sandroree. Es ist egal wohin. Amen.